Also, hätte Batista auf Twitter keine Zombie-Apokalypse eingeleitet bei WrestleMania-Backlash, dann wäre dieser Pay-Per-View eine sehr, sehr gute Unterhaltung gewesen. Ich habe ihn jetzt noch nicht live gegeben, weil es war, so blöd es klingt, nur WrestleMania-Backlash und man wusste bei diesem Übergangs-Pay-Per-View, wie die meisten Matches ausgehen würden, zumindest die wichtigsten Matches, nämlich die zwei Main-Events. Nichtsdestotrotz habe ich mir trotzdem gedacht, weißt du was, zum Aufstehen, so gegen 10 Uhr vormittags holst du Frühstück, guckst mal rein. Und hätte es, wie gesagt, diese Zombie-Apokalypse nicht gegeben vom Zombie-König Batista höchstpersönlich, der ja den Schlachtruf auf Twitter eingeleitet hat, für seinen quasi Film, wo er halt die Hauptrolle spielt, dann wäre, wie gesagt, dieser Pay-Per-View eine wirklich, ja nicht 10 von 10 gewesen, aber nichts, wo ich jetzt was Negatives sagen könnte. Ich meine, die zwei Main-Events, die waren wirklich sehr gut, bis fast schon Weltklasse, also der Main-Event, Main-Event, das letzte Match halt, und der Rest war solide bis gut, der Opener, also das Raw-Women's-Triple-Thread-Match, dann das Smackdown-Tag-Team-Title-Match, wo ich nicht mehr wusste, dass es auf der Card steht. Wie gesagt, ich gucke keine Weeklys, ich gucke halt nur ab und zu mal rein. Ähm, und, ja, das war vollkommen in Ordnung, lediglich halt das, ähm, joa, Zombie-Check, Lumber-Zombie-Check, Smitty-Werb-Jackerman-Jensen-Match, war halt einfach die große Lachnummer, Nullnummer, ähm, also Nullnummer im Wasser ins Wort, das war, das gab wirklich von mir Nullpunkte für dieses Match, ähm, sonst, auch hier das Smackdown-Women's-Title-Match mit, äh, Bayley und Bianca Belair, auch das war vollkommen in Grund solide, und wie gesagt, ja, das Triple-Thread-War, äh, War, Raw, ähm, äh, Title-Match, BW-Title-Match, war wirklich, äh, fast schon überraschend gut. Ja, ich hätte mir nicht gedacht, dass die hier, äh, doch, äh, nicht ein Spotfest, aber doch sehr, relativ kurze, knackige, äh, eben kurzweilige Unterhaltung bieten, da hat sogar Braun Strowman gut ausgesehen, und mit, zum Beispiel, mit dieser, mit dieser Senden darunter, habe ich von ihm auch so noch nicht gesehen, und, äh, ja, und, äh, der Main-Event war halt Weltklasse, was man halt erwarten konnte, ne, Cesaro und Roman Reigns, Roman Reigns gerade in seiner Rolle, ähm, mit so das Beste, was die WWE vielleicht gerade so hat, und Cesaro natürlich hat seine, äh, wrestlerische Klasse halt spielen lassen, und, äh, summa summarum ergibt das den vielleicht besten WWE-Pay-Per-View bisher in dem Jahr. Ich würde ihn so auf eine Stufe mit den ersten Tag von WrestleMania stellen, klar, wäre bei WrestleMania-Backlash noch eine Crowd da gewesen, hätte das vielleicht noch ein bisschen mehr gezündet, ihr wisst, ich bin da sehr Crowd-affin, was so Shows angeht, ähm, aber trotzdem, also, so eine 7 von 10, vielleicht eine 8, 7,58 Punkten von 10, äh, kann man da schon geben, ne, bis, wie gesagt, auf das Zombie-Check-Match war, gab es da nichts, was abgefallen ist, äh, die drei anderen Title-Matches waren, ne, solide bis eigentlich gut, und eben die zwei letzten Matches, äh, fast schon, äh, gut, sehr gut bis, ja, eben Weltklasse, und, äh, das, wenn die das jetzt langsam wieder in diese, ähm, oder wenn die das, die WWE das aus der, aus dem Covid-Zeitalter rausträgt, ähm, dann bin ich da durchaus positiv gestimmt, vielleicht auch mal wieder eine Weekly zu verfolgen, ne, wenn eine Crowd da ist, vielleicht, kann ich mich dazu wieder, äh, motivieren, oder, oder vielleicht ist das Interesse dann generell wieder mehr da, ja, aber so, zwischendurch, diese Pay-Per-View war ganz kurzweilig, ne, hat ziemlich genau, glaube ich, fast drei Stunden gedauert, war vollkommen okay, äh, und, äh, deswegen nicht direkt Chapeau an die WWE, aber sie bekommen ein, gut gemacht, ne, man muss auch mal, ja, wenn man, mal hier WWE oft genug zurecht basht, äh, dann kann man durchaus mal hier, äh, in, in, in den Worten von Angela Merkel, äh, kann man, da kann man schon mal klatschen, äh, und, ja, was das andere angeht, wenn man schon beim Thema Bashen sind, äh, viele wissen es ja, großer AEW-Fan hier, es wird die nächsten Tage ein, ja, was heißt das, ein negativ behaftetes Video, aber ein sehr kritisches Video gegenüber AEW geben, denn so langsam gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die mir ziemlich auf den Zeiger gehen, ähm, und die ich gerne aus, oder auch aussprechen möchte, äh, jetzt, äh, ich weiß, mittlerweile sollten die meisten mitbekommen haben, dass ich nicht hier in die, ähm, reine AEW-Fanboy-Ecke zu stellen bin, ich glaube, das wissen die meisten auch, ich habe auch schon oft genug auch eben Kritik an AEW dagelassen, aber diesmal wirklich ein eigenes Video dazu, weil ich finde, dass sich langsam diverse Fehler häufen oder diverse Fehler angesprochen werden sollten, äh, erzählt er quasi mal ein Benji von der komplett umgekehrten Seite, wenn man denn so möchte, äh, nur damit ihr schon mal eine kleine Preview habt, für eben, äh, die nächsten Tage, was eventuell so noch an Content, äh, kommen könnte, nichtsdestotrotz gibt es trotzdem zu Double or Nothing, äh, wahrscheinlich Live-Reactions, ähm, ich bin trotzdem auf Double or Nothing schon sehr, sehr gehypt, weil bis auf einzelne Matches die Match-Cut wirklich, äh, stark ist und wo ich mich wirklich sehr drauf freue, ähm, und, äh, ja, wie gesagt, damit ihr einfach schon mal einen kleinen, äh, Ausblick habt, trotzdem, um wieder kurz zum Thema WWE zurückzukommen, äh, WWE Backlash hat im Großen und Ganzen gut geliefert, äh, schöne, solide Kost mit einem Mach-Zucker-Dessert zum Abschluss, um mal bei einer kleinen Gastronomie-Analogie von meiner Seite zu bleiben, ähm, ja, wenn ihr dieses Video seht, bin ich wahrscheinlich ab 18 Uhr online auf Twitch, werden, äh, nicht nur weiter Thema Wrestling besprechen, sondern ich habe extra für euch und für den Stream viele, viele Videos von unsympathisch.tv und Kein Konzept und alle die Kanäle, die halt gerade sehr, sehr im Hype stehen, äh, die ich auch gerade sehr gerne abonniert habe und sehr gerne gucke, habe ich extra nicht gesehen, mit mir da gemeinsam darauf reagieren können, also für, äh, wahrscheinlich ganz witzige Unterhaltung dürfte, äh, gesorgt sein, auf jeden Fall und, äh, ja, würde mich da sehr, sehr freuen, wenn ihr da einschaltet, wie gesagt, äh, 18 Uhr twitch.tv slash bungee, schaltet gerne ein und eben im Laufe der Woche dann das AEW, äh, Video, mh, wahrscheinlich so gegen Wochenende, soll's, äh, eigentlich ganz gut passen und, ja, das war's zu einer, äh, kurzen, knackigen, äh, oder zu einem kurzen, knackigen Overview, so einen kleinen Überblick zu WWE Backlash oder, Entschuldigung, Wrestlemania Backlash, äh, ja, wenn ihr noch irgendwas genaueres wissen wollt zu dem Pay-Per-View, dann, äh, schreibt mich dann gerne im, in Twitch-Chat an, dann können wir noch, äh, etwas genauer darüber diskutieren, aber ich glaube, es gab jetzt nichts so großartig, wo man sich drüber aufregen hätte können, klar, der Zombie-Quark, aber das wäre verschwendete Zeit und, äh, beim Rest könnte man nicht sonderlich viel, äh, Negatives sagen und, äh, ist aber auch nicht so viel passiert, na, es gab, bis auf den Smackdown-Tag-Team-Titel, kein, äh, Titelwechsel und der Titelwechsel beim Smackdown-Tag-Team-Title war irgendwo überfällig, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass die Mysterios, äh, sich die Titel vor einer Crowd hätten holen können, wäre noch schöner gewesen, aber, hey, man kann nicht alles haben, äh, wenn man immer auf die Crowd warten müsste, dann, äh, müsste man alle Field-Group-Moments, äh, verschieben. Aber wo, ein letztes Thema noch, weil es mir gerade einfällt zum Thema, äh, Crowd und, äh, Show und bla, äh, es wurde angekündigt, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, dass wir als nächsten Pay-Per-View Hell in the Cell schon bekommen, das heißt, der Pay-Per-View, der wurde vom Oktober vorgezogen, dafür Money in the Bank einen Monat nach hinten, damit Money in the Bank voraussichtlich der erste Pay-Per-View ist, der wieder bei vollem oder unter vollem Haus, äh, des WW-Banners stattfinden kann und es ist, glaube ich, ein guter Einstand, ein guter Pay-Per-View, wo man eben mit der Crowd wieder schön, äh, feiern kann, wenn man denn die richtigen Sieger wählt, das ist ja immer so eine Sache, ähm, das war es jetzt im Großen und Ganzen, wie gesagt, schau dir gerne ein, twitch.tv slash bungee, 18 Uhr bin ich online, Link in der Beschreibung, danke für eure Aufmerksamkeit, für eure Bewertung und Kommentar, macht's gut, haut rein und, äh, ciao, ciao.